Waffen in sichern! Alles klar, BT. Du aber auch! Verstanden, Pilot. Okay, alle lang sterben, damit ich meine Ruhe habe. Bitte danke, tschüss. Hm, ein Krabber. Der hat das Sniper auf dem Planeten hier. Alle mal herhören, hier spricht Kane. Was wir hier haben, meine Freunde von der IMC und der Wienz, ist ein Kommunikationsproblem. Aber das ist okay. Kein Akt. Eines Bestens. Das wird ein scheiß geländiges Gendladen. Wer war das? Lade Daten. Kane. Söldner mit Verbindung zu den Apex Predators. Bekannter Drogenabhängiger und Händler. Wir sollten uns darauf drogen, oder? Dann kann der Headshot kriegen und dann einfach noch Probella machen. Wurde. Sot. Wurde. Was ist hier bitte alles? Okay, den krieg ich jetzt nicht so gut. Was ist hier denn? Ich will das hier nicht mehr. Ich will den kleinen Loschen. Wir Raccoon 3, 9. Belizflotte. Wir werden in der Aufbereitungsanlage aufgehalten. Wir empfiehren die Mechanismen-Vertrie. Wir sitzen in der Falle. Pilot, ich autoverbündete Miliztruppen ganz in Ihrer Nähe. Vielleicht brauchen Sie Hilfe. Nein! Wo ist der Saal auf? Dann hast du die Waffe nicht mehr zum Lass. Na, GG. Unsicher. Ein verbündeter Pilot. Käpt'n, wir haben uns allen Milit-Piloten geschickt. Euer einstellen! Er gehört zur SOS! Töne ich nicht! Töne ich. Tut gut deinen Piloten zu sehen, Sir. Unser Spot hat echt was abgekriegt. Wir könnten Hilfe brauchen. Alter, such dir mal einen anderen Helm. Du siehst hesslich aus. SK-1 Braugi. SK-2 Garbner. SG-T-Pub. Aber diesen Stalker kurzen Prozess. Soldat, ich schneide mir seine Waffe aus. Er wird weiter kämpfen dadurch. Gleich hab ich's. Aber die sind... Mach das nochmal. B.: Die sind die Militärer. Hör, sich an diesem Polen anstürkend zu sehen. Schauld! Beide. Ehm... Beide hier aber vielleicht nicht? Die sind die Militärer. Schauld, komm jetzt mal die Flucht! Es sind so viele! Blöd Leute, ich bin eigentlich gerade, ich werde nur... Ich werde eigentlich nach vorne sind dann. Ja, wo? Nein, das ist der scheiß Weg zu. Nein, das ist der scheiß Weg zu. Oh, verdammt. Hoffentlich bleibe ich jetzt noch da außerhalb, weil... ja. So, ich will noch mal den einen Weg geben, wo der Typ da lang gelaufen ist. Na, ich glaube, da bin ich vorbei, ne? Ne, noch nicht. Sie ist gerade da. Eine Tasse. Stirbt Tasse. Okay, hier kann ich nicht weiter. V.A. Ne K. Ich habe mir auf die K mit, leider. Okay, hübscher. Ist keines. Versteigung auf 6 Uhr. Rundach Zeit. Verkaut sich Feuer frei. Komm, dann geht's nach. Wir sind in der Karte. Wir sind in der Karte. Richtig. Mach dich. Ach, mach euch. Echt. Wir sind in der Karte. Schade. Gut. Und sonst technisch sind sie ein bisschen... ...schneppig aus. Schade. Wo ist der denn nicht? Ich sehe gar nicht Feuer. Schade. 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 Kommt doch her. Friss das! Okay. Das ist jetzt mal ein bisschen sicher. Ich gehe weiter. Das ist schwer. Ich bin schon seit einer Stunde und zehn Minuten am Augen hin. Ich habe das Gefühl, wir sind schon seit Tagen unterwegs. Brauchen Sie eine Pause? Nein. Gut. Für Ruhe ist keine Zeit. Wir müssen die Mission fortsetzen. Hm. Tempo links. Du hast wieder. Du kannst nichts mitfahren können. Ich bin ein Teil. Wenn du dich am Boden zusammen Jeremiah already sagenst, Giftmüll vom Dienstletern, jetzt die automatisierte Testsanlage Kupfer 1 Okay, mal da Na ja, fast gut Cut Na na nice Okay, ich hab gehört ein Titan Death Vanguard Klasse und ein SRS Pilot Reiben meine IFC Stützung auf Du auch sagen magst Du bist gar nicht übel mein Freund gar nicht übel Ich hoffe nur, dass du es nicht übel sind Ich hoffe nur, dass du es nicht übel sind Warte Ähm Alter, wenn wir mal einen Piraten schneller, wo ich sie cutten kann Ähm Alter Schwede Okay, ich hab gehört ein Titan Death Vanguard Klasse und ein SRS Pilot Reiben meine IFC Stützung auf Wer du auch sein magst Du bist gar nicht übel mein Freund, gar nicht übel Ich hoffe nur, du bist besser als der Letzte, den ich umgelegt habe Jetzt ist es schwer, was ist denn das in der Scheiße Ja, von wegen, Alter Du bist doch doof, bist du doch Soll mir deine Mutter verraten, dass du doof bist Scheiße Du bist doch Aber fühlst dich Ich habe gehört, ein Titan der Vanguard-Klasse und ein SRS-Pilot reiht keine Anrufe von dieser Stützung auf. Wer du auch sein magst. Ich hoffe nur, du bist besser als der letzte, den ich umgelenkt habe. Das werden wir sehen. Ich sehe das hier nicht mehr. Er ist hier und dort. Sehr gut. Achtung, in Unterabteilung 3A, ein großer Prawler, umgehend beseitig. Ich bin ganz allein. Ein großer Prawler.